Ja, herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Untergrumbach, direkt neben Herzbruck. Und um dieses Herzbruck geht es heute auch, denn ich möchte zur Gewerbeschau nach Herzbruck einladen am 9. und am 10. Mai. Da drüben! Neben dem riesigen Angebot regionaler Händler vom Auto über den Biergarten bis zur Baumschule, geht es an unserem Stand mit der gemeinsam mit Ute Schacher kunstvoll neu gestalteten Küche wieder ganz viel ums Kochen. Begrüßung ist am Samstag um 11 Uhr und im Anschluss ist bei uns am Stand ein Empfang mit den lieben Miniköchen und dem Hans-Peter Eberhard vom Grünen Baum. Um 12.30 Uhr beginnen wir mit Dr. Ulrich Mahli, der sich mit dem Kochen und unseren Küchen ausgezeichnet auskennt und der vom Herzbrucker Bürgermeister Ilk unterstützt wird. Es gibt einen gebratenen Saibling mit lauwarmen Spargelsalat. Um 15 Uhr drehen wir mit der Fernsehköchin Diana Bürgl aus dem Nürnberger Wirtshaus die vierte Folge unserer Kochsendung Kocheinrichtung. Und auch da geht es der Saison entsprechend natürlich um den Spargel. Diana zeigt wie immer die engagiert anspruchsvolle, aber dennoch schnelle Küche. Beim Kochen und Servieren hilft uns jeweils Alexander Hertel vom Versicherungsbüro Hertel & Wagner, der in diesem Jahr wieder die wertvollen Lebensmittel sponsert. Am Sonntag ist den ganzen Tag der in Insiderkreisen als Sous-Vide-Papst bekannte Hubertus Tschirner bei uns zu Gast. Mit ihm zeigen wir die Vorteile des Vakuumierens mit dem Kammervakuumieren von Komet zur Haltbarmachung, aber vor allem natürlich auch zum Sous-Vide-Garn. Dazu hat der Buchautor jede Menge Beispiele dabei und beantwortet alle Fragen zum Garn im Vakuum, das wir selbst meist in den Dampfgarern von Miele machen. Die eigentlichen Kochshows sind am Sonntag um 11.30 Uhr und um 15 Uhr. Dazwischen steht Hubertus allen Menschen mit Fragen zum Kochen zur Verfügung und wir selbst stehen natürlich für alle Fragen zu den Massivholzküchen zur Verfügung. Direkt gegenüber hat Ute Danzer ihren Stand mit dem Bettsystem von Pro Natura, mit dem sie als kompetente Sportlehrerin und Rückenschuhleiterin seit 24 Jahren Erfahrungen sammelt, von denen ihre Kunden natürlich profitieren. Und wir haben wieder unsere Traumsofas und Relax-Sessel von Jori dabei und für alle Produkte haben wir natürlich auch eine Menge Messe-Sonderangebote. Also besuchen Sie uns am Samstag, den 9. und Sonntag, den 10. Mai in Herzburg am Plärrer. Wir freuen uns auf Sie! 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 Vielen Dank.